Hallo Leute und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Dying Light. Mit mir spielt wieder der Playing Pan. Da hat er wieder einen Brain Hanger gehabt, ich hab's genau gemerkt. Und der Euroline ist natürlich wieder am Start. Ja, aber ich sehe bei dir Mr. Zomb zu stehen und dann so, äh, wie heißt er jetzt? Mr. Zomb oder Playing Pan? Ja, für alle diejenigen, die interessierten unter euch wissen es, ich heiße bei PSN Mr. Zomb deswegen. Also ich würde sagen, wir machen einfach da weiter, wo wir das letzte Mal aufgehört haben. Und zwar sind wir kurz davor, hier den Absprung zu machen. Und ich bitte vielmals um Entschuldigung, aber ich hab vergessen, mir die Stöpsel in die Hunde zu tun. Ah, jetzt hör ich wieder was ab. Moment, Moment. Da bin ich ein Wuppe. Weißt du, das ist auch geil, wenn man von hier oben runter springt. Na, guck mal. Wo? Warte. Wenn du hier runter springst, wenn du dir direkt in den Müllsack da landest, ne? Meinst du, das klappt? Na klar. Ja, da ist bei dem, in dem Prolog, da ist er doch auch da runtergesprungen soweit. Also wir können ja Folgendes machen, ich spring runter. Ja. Wenn ich es nicht schaffe, dann rutschst du hier runter und kommst. Und belebe dich wieder, ja. Okay, mach mal. Wie ernsthaft? Ja, also du musst einfach runtergehen, ne? Ich glaube, springen bringt, glaube ich, nichts. Sicher? Ja, und dann kannst du so lenken noch ein bisschen in der Luft. Wenn ich sterbe dann. Spring, du Hund. Spring, du Hund. Ja, okay, okay, okay. Obwohl, ich will da den weiten Weg... Ah, egal, komm. Okay, ich mach's. Komm, du schaffst das. Ne. Schnell, komm runter. Ich komme. Schnell, 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 schnell. Ich hätte doch springen müssen. Echt? Ja, 20. Schnell, 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 17. Ich komm schon. Kann man sich ja mal einen kleinen Spaß erlauben. Was macht der eigentlich? Drückt er dir irgendwie so seine Faust irgendwo dagegen? Ja, in den Armen. Oh, der ist ein Zombie. Der frisst gerade einen anderen. Attacke! Komm. Dann lauf mal direkt weiter. Sollen wir zum Wegpunkt oder so? Wo sollen wir hin? Was? Sollen wir zum Wegpunkt oder wo sollen wir hin? Ja. Okay, weil wir haben gerade eben in der Aufnahmepause gecheckt, dass wir... Der Wegpunkt ist verschwunden. Nee, der Wegpunkt ist ja noch da. Wo bist du? Ich bin... Also, ich glaube, ich hab gerade noch ein Zombie erledigt. Aber er muss da einfach noch weg. Achso, der Wegpunkt ist direkt hier. Okay. Wir haben nämlich gecheckt, dass da eine Abwurfstelle ist von REG. Oder wie das hieß. Genau. Und die wollen wir da jetzt direkt mal checken. Pass auf, das Wasser hier ist unter Strom. Wo bist du? Das heißt, wir müssen Folgendes machen, um das zu öffnen. Den Strom erstmal aus. Hier, oben. Wo? Hier ist der Stromkasten. So, ich hab mal ausgemacht. Okay, perfekt. Jetzt haben wir noch ein Problem. Der Kollege da. Der fette, okay. Warte mal, ich werfe einen Monokoff-Cocktail. Warte. Ja, mach mal. Äh, hab ich noch überhaupt eine? Ich hab noch, ich hab eine andere Idee. Warte, ich mach schon. Fang! So, ich würd sagen... Er geht richtig tot. Guck dir das an. Ich krieg gar keinen Schaden. Ja, ich würd sagen, du gehst da hin und kämpfst mit dem. Ich mach in der Zeit auf. Du lenkst ihn ab. Na, warte kurz. Dann muss ich eben noch ein Medikit nehmen. Gib mir mal kurz eins. Geht schneller. Irgendwie geht das nicht mehr. Ich weiß nicht, warum. Doch, du kannst einfach nach unten. Falter hast du nach unten. Dann machst du es automatisch. Achso, ah, okay. Dankeschön. Gut. Hab ich noch mal ein Stromling in der Hand? Ja, ne? Ja. Ja, doch. Okay. Ich greif... Wo musst du denn überhaupt hin? Hier, direkt unter uns. Achso. Ah, okay. Ich kämpf gegen den. Attacke! Okay. Mach auf. Na, du Kleiner? Du kannst mir gleich auch helfen, wenn du fertig bist, ne? Oh, fuck, Alter. Das ist auf jeden Fall heikel. Auch schwer ist das, oder was? Ja. Fuck. Ich mach das zweite Kapitän. Also manche Schlöpfe sind schwerer zu knacken als andere. Fuck. Alter. Komm her. Ja, das ist ein guter Weg. Ja, 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 ja. Ja. Ja, ist auf. Aber da kommt noch ein kleiner, ne? Zu dir. Und dir musst du dich kümmern. Was ist das? Tasche. Das ist ein Typ. Ich hab'n blauen Hammer, Alter. Und irgendeine Tasche. Das war richtig gut, Alter. Tasche ist lila, ne? Ja, irgendwie sowas. Kann ich. Warte, ich will immer hier besiegen. Habt ihr schon so weit jetzt? Ja, der ist tot. Das Creeper geht gestohlen. Was wurde gestohlen? Das Creeper geht. Achso, hast du gestohlen? Achso. Oder was, hä? Ich hab' auch so eine Reparaturzange gekriegt. Pass auf, der kommt so ein komischer Creeper. Der beißt. Kommt. Wir gehen weiter. So ein Creeper, der beißt. Ja, der Typ beißt. Das ist komisch, ey. Ja, was wär das denn gerade? Was denn? Hat einer voll hoch geflogen. Ey, wir können direkt die Area hier säubern, weißt du? Das. Soll mal sofort hier das Ding machen? Okay, können wir gut machen. Dann haben wir hier eine... Ach, du Scheiße. Dann haben wir die ganzen Zombies töten. Los. Na gut. Bleib liegen. Nein. Ey, die gucken wir voll die Knallen, Alter. Alter. Ich renne lieber weg. Fuck, renn mal ein bisschen weg wegen der Ausdauer. Genau, einmal immer zu Ecke zur Ecke, damit die Ausdauer wieder... Hast du einen Monotov zufällig? Nein, oder nicht. Okay. Letztes verbraucht. Okay, die ist tot. So. Ich bin über dich drüber gelaufen. Geil. Über mich? Naja. Alter, die hat mir richtig... Ah, die gibt mir. Die gibt mir. Kommen wir aufs Dach drauf. Ah, der gibt mir, der gibt mir. Ich bin gleich tot. Ich muss hier hoch. Ich muss aufs Dach hoch. Komm hoch. Alter, da ist ein Runner. Da ist ein Runner. Echt? Wo? Ich hab kein Medikid mehr. Wo bist du denn? Auf dem Dach. So, bitte schön. Danke, wie hast du das gemacht? Viereck. Okay. Okay, weiter. Wenn wir die Area gecleanet haben... Da, der Runner. Oh, hier ist aber ganz schön Blut hier am Fliesen gewesen. Wo bist du, Alter? In dem Haus hier drin. Das ist aber nicht so gute Idee, war? Alter, der Runner ist ja richtig komisch, ey. Der kann ausweichen, so. Was ist das? Alter, du hast mich... Was ist das? Was war denn da? Da ist irgendwas nicht Luft gesprungen. Ach so, das sind diese Dinger. Die Kanisterwunde, ne? Alter. Wow. Krass, wie die explodieren. Kannst du mir helfen mit dem Runner? Ah, der ist endlich tot, Alter. Ah, ich krieg von irgendwas andere Umschläge. So, ich habe die... Ist er tot? Jetzt hat er auf jeden Fall keine Beine mehr. Also, abgemacht. Machen wir abgemachen? Gar nicht. Geht doch gar nicht. Och, ich habe die abgehackt. Kommt noch einer. Ist das jetzt safe? Ja, doch. Nee. Doch, eigentlich schon. Nee, wir haben hier noch nicht das Bett frei. Irgendwas müssen wir noch machen. Ey, Zigaretten. Ist hier noch einer? Ah, hier ist irgendwas. Hier, wir müssen die Typen noch töten. Ah, das Tor zu machen. Mach mal das Tor zu. So, jetzt. Jawohl, Junge. Keil. Bereich gehört uns. Warte, ich gucke mal, ob ich Medikids machen kann. Irgendwo ist ja einer über uns oder so. Ähm. Ah, da ist so ein Ding, ist ein... Ah, wir sind ja eh sicher hier. Egal. Okay, ich konnte ein Medikid machen. Spielerversteck. Ah ja, siehst du, mein Lager ist hier noch voll. Was ich hier reingetan habe. Ja, ist das also jedes Mal? Ja, alles bleibt. Okay, ich plündere erst mal die Zombies. Ich nehme jetzt mal alles mit hier. Manche Zombies sehen so aus wie frisch verwandelt. Ganz normal. Ja, hier liegen so Kisten, so Dinge auf dem Boden. So Pakete, die sehen aus wie Drogenpakete, aber sie sollen Zigaretten sein. Geil. Ist hier noch irgendwas? Schlafen brauchen wir nicht. Oh fuck. Das war das. Bis Einbruch der Dunkelheit schlafen. Jetzt ist es dunkel. Bis Tagesanbruch können wir warten. Sollen wir eben? Bis Tagesanbruch warten. Ja. Besser, ja. Ich will nicht in der Nacht rausgehen, das war mir schon zu viel, das letzte Mal. Ja, das war echt heftig, das letzte Mal. Ich will nur kurz was machen, ich muss hier irgendwas loswerden. Also, tue ich hier ins Spieleversteck. Wie viele Sachen kann man hier reintun und endlich, oder? Ins Versteck? Keine Ahnung. Wäre auf jeden Fall geil. Monotov-Cocktail, da füllt mir Schnur. UV-Lampe, brauchen wir die überhaupt? Ja, der hat die uns gegeben für irgendwas. Ich glaube, für die Nacht. Wenn diese Nachtmonster kommen, du machst die UV-Lampe an, dann kacken die ab. Okay. So, lass uns direkt mal weitergehen. Ich muss hier kurz nochmal ausrüsten, meine Waffe ist kaputt. Das kann man hier gar nicht, es ist doof, dass man hier dann seine Waffen nicht macht. Ja, lass den klettern einfach auf den Zaun. Reparieren, so. Ich habe auch noch so geile Sachen jetzt, Waffen-Upgrades. Ah, ich kann auch mal gucken. Eher kurz upgraden. Also, ich habe eben Klauenhammer. 46, 36. Komm, mache ich jetzt mal drauf. Söldner und Vollstrecke habe ich jetzt draufgetan. Ja. Okay, dann bräuchte ich das mal weg. Wasserraut ruhig weg. Also, ich glaube, ich behalte die, obwohl die Waffen kann man nicht verkaufen, oder? Die Waffen kannst du verkaufen, doch. Oh, scheiße, ich habe gerade eine grüne Waffe umgewandelt. Egal, scheiße. Komm weiter. Okay, gut. Bist du mal da her? Bist du sicher? Ja, ja. Was sind denn jetzt die grünen Punkte und so? Hast du die markiert? Ja, das war die Markierung von eben. Alles klar. Okay, wir sterben also, wenn wir das nicht gebacken kriegen. Ich muss einfach hochspringen. Gar keins. Weißt du, wo das steht? Oben links, ne? Was? Oben links steht das, wie viele du hast, im Aller. Ich habe null. Okay, ich habe drei. Ich kann auch keine herstellen gerade, weil ich keinen Müll mehr habe. Okay, wir laufen mal zu den anderen. Ich vermute, das ist der eine Mast, wo wir schon mal waren, weißt du? Au. Ah, shit. Hast du wehgetan? Ja, aber nur einen Schaden. Okay. Aber trotzdem. Das geht ja noch. Ja, das ist der Mast. Ist irgendwas auf dem Dach vielleicht, irgendwie so eine Kiste oder so? Nee, ne? Schade. Ups. Das hier aber alles auch so genau gebaut ist, dass man draufspringen kann. Schon kurios. Kurz was am Durchsuchen hier. Und Nüsse habe ich gefunden, Lebensmittel. Alter, hier ist so ein Lager. Okay, wenn du Essen findest, das kannst du sofort essen. Dann kriegst du halt Gesundheit dazu. Okay, weil ich habe die ganze Zeit Essen gefunden und das ist verschwunden. Vielleicht. Ja, weil du bestimmt 100% da hastest. Ach so, der nimmt das direkt, oder was? Ja, ja. Bin schon fast da. Fuck. Aber ja, cool, wenn man auch so Outfits und so auch finden könnte. Ja, genau. Einfach so finden. Ich glaube, das kriegt man nur durch Missionen, Alter. Ja, das kann gut sein. Jetzt bin ich aber ganz schön weit von dir weg. Wie gesagt, am Looten hier. Ja, geht. So weit bist du auch nicht weg. Ich versuche hier hochzuklattern, aber irgendwie finde ich die richtige Stelle nicht. Bist du am Turm schon? Ja, ich bin schon ein bisschen zu weit sogar. Ach so. Kui-Paket gestohlen. Steht das bei dir auch gerade? Ich glaube, das stand da, aber ich habe nicht darauf geachtet. Ach hier, kommt man hoch. Hier durch. Oh nee. Ist der Böse? Ja, ich warte auf dich. Ich komme. Neue Wendigkeitsstufe habe ich. Beeil dich mal ein bisschen. Ja, ich weiß gerade nicht, wo du bist. Bist du jetzt den Weg hochgelaufen? Hier oben, hier, guck mal. Ah, da, okay. Bist du einfach da die Wand hoch, die Felswand hoch? Nee, du musst... Bist du auch so auslaufen? Ja, aber andere Seite. Oder ich weiß, ob du von da auch hochkommst. Ich glaube schon. Ja. Da ist irgendjemand drin, anscheinend. Mach kurz mal ein Wendigkeitspunkt verteilen. Ich gucke mal, ob ich auch was verteilen kann. Nö. Ich bin ein armer Schlucker. Sie können länger rennen, schneller klettern. Kann man nicht hier das Auto durchsuchen? Nee. Aber wie kann man eigentlich solche Dinger vorne dran machen? Und so, da kann doch solche... Im Prolog musste man noch solche Sachen da ans Auto dran machen. Ja, das war aber vorbereitete Autos. Ah, ich weiß, von wo wir reinkommen. Komm mal hier hinten hin. Was zum Henker willst du? Komm mal schnell. Achso, du bist da oben drauf. Aha. Boah, die Sonne scheint voll cool. Ja. Gut. Ah, cool. Ist das ein Böser da? Nö, weiß nicht. Bis jetzt nicht. Einfach mal seine Sachen klauen. Ich komme mit dir hin. Alexei, warte auf den anderen Spieler, okay. Komm mal hier hin. Ich muss auf den Turm rauf. Wieso denn das, verdammt nochmal? Für Rais. Er schickt mich her. Du siehst mir gar nicht wie einer von Rais Leuten aus. Okay, ich sage Rais einfach per Funk, dass ihr mich nicht reinlasst. Guck mir mal in die Augen, Alter. Was? Nein, das habe ich nicht gesagt. Du willst hoch? Gut, na los, dann kletter rauf. In der letzten Folge war es ja auf diese eine da, die wir gerettet haben. Das sah eigentlich ganz schön komisch aus. Was ist los mit dir? Wir versuchen hier am Leben zu bleiben. Vater, das sind Börder. Ah nein. Was hast du gemacht? Hast du mir runtergefallen? Nee. Muss ich mich gleich heilen. Oh fuck. Wie kommt man denn hier die Treppe hoch? Oh Junge, vier Leben. Kannst du mich heilen? Ich weiß. Ich brauche die ganze Zeit entscheiden. Oh ja. So. Wie kommt man hier hoch? Ja, nicht von da. Müssen wir wieder außen rum, ist doch nicht. Dann ernst, oder? Nee. Müssen wir nicht. Wir können hier hoch. Das ist doch nicht der, wo wir waren. So und jetzt. What the fuck war das? Ja, jetzt müssen wir wieder hier rüber und dann wieder leben. Was? Müssen wir ja von vorne machen? Von draußen? Ja, ja. Wir müssen jetzt wieder. Okay. Das ist geschehen. Alter, mir wird schwindelig, ey. Boah, hier haben wir ja voll knapp. Wie kommen wir denn jetzt hier hoch? Ach, hier. Hä? Ach, hier auf der Seite. Hier. Nee, wo kommen wir denn jetzt hoch? Ach, von drinnen. Nee, das geht nicht von drinnen. Ach, guck hier. Diese gelben Dinger. Da, zack. Ach so. Zack. Okay, dann einmal zur Seite. Zack. Zack. Dann einmal hier lang. Jawohl. Mal gucken. Jetzt hier hoch? Ja, genau. Jetzt glaube ich noch hier nach oben. Jetzt können wir auch die Leiter benutzen. Ist irgendwas? Oder? Nee. Ist laufen. Da ist bestimmt irgendwas oben. Ich weiß nicht. Die waren so komisch. Wenn du hoch willst, geh hoch. Ist ja jemand. Ich weiß nicht. Nein, die Leiter können wir nicht benutzen. Jetzt müssen wir wieder so eine komische Action schieben. Ach so. Oh. Okay. Irgendwas flackert da. Ich hoffe, die scheiß Kletterei war es wert. Echt. Jetzt müssen wir... Ach hier. Können wir einfach. Glaube ich. Ich trau mich schon gar nicht dran zu springen. Ich würde auch nicht... Ah ja doch. Okay, gut. Und jetzt? Jetzt müssen wir... Ne, warte mal nach oben. Oh. Okay. Und jetzt? Sind wir da, oder was? Nein. Alter. Bist du runter? Wo bist du? Ganz unten. Ganz unten? Was? Was? Wie soll ich denn jetzt so schnell runterkommen? Ich kann selbst mal machen. Nein, nein, warte. Ich komme. Oh. Wie viel Zeit hast du noch? 15. Ja, ich bin gleich da. Warte. Ich bin gleich. Bäm. So gut. Oh, Junge. Ganz unten. Fast ganz unten. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Fuck. Ich war fast ganz unten. Und jetzt? Wir sind tot. Überlebenskrampfpunkte verloren. Krampfpunkte? Überlebenskrampfpunkte. Alter, nein. Jetzt muss ich wieder ganz hoch. Oh, Junge, ey. Das ist echt Überlebenskrampf gerade. Und jetzt kannst du wieder bei mir reinjoinen direkt, oder? Ja, ich bin hinter dir, ja. Unter dir. Ah, ey. Was hast du jetzt verloren? Diese Überlebenspunkte da. Warte. Ja. Die Überlebensrangenpunkte halt fürs Level. Wegen dir habe ich jetzt 50% Leben im Arsch geschossen. Kann ich da gleich wieder heilen. Ja, ist ja kein Problem. Schade, ey. Letztes Mal ist es gut gegangen. Letztes Mal ist er, du bist ja auch gestorben. Und du musst dich auch von der Scheiße runterspringen von dem Strommast. Ich habe ihn noch bekommen, gerade so. Naja, gut. Wir sind ja ein paar Kletteraffen. Wir wissen ja. Oh, fuck. Oh, ich bin tot. Na komm, ich gehe einfach weiter hoch, ja? Ja, okay, komm. Ich glaube, du kannst auch da weiter anfangen, wo ich bin. Dann müssen wir nicht wieder alles von vorne. Ja, okay. Schade. Waren ja sowieso nur 80 Punkte. Dann weiß ich auch mal, wie es ist, wie man stirbt. Okay, wo bin ich? Muss ja nicht direkt unter mir sein, so ein bisschen. Oder neben mir. Naja, ein bisschen ist übertrieben. Und nochmal. Das ist eine geile Kletterfolge. Ist schon wieder runtergefallen? Oh, egal. Ich bin runtergeflogen und dann bin ich aus denen an der Seilbahn ran. Hingeblieben. Jetzt fahre ich die Seilbahn weg. Ach, Quatsch. Okay, gut. Dann muss ich wieder hoch. Scheiße. Alter, ist doch voll die Scheiße, ey. Ich dachte, du bist jetzt gleich schon oben. Dann haben wir die Scheiße hinter uns. Ja, was rumgespringen müssen wir noch ein bisschen üben, denke ich. Ja, ich denke auch. Ich merke gerade, man muss gar nicht so oft R1 drücken. Wir drücken. Wir lassen nämlich jedes Mal los, wenn wir mitten in der Aktion sind und R1 drücken. Ja. Nein. Nein. Oh. Junge. Bist du runtergefallen? Gar keinen Schaden bekommen. Ich bin den ganzen Stock weg. Abgesackt. Boah, das wird eine geile Kletterfolge. Ja. Auf jeden. Für alle Assassin's Creed-Freunde. Das ist alles für euch. Ja. Ganze 30 Minuten nur Türme hochklettern. Und das nicht mehr erfolgreich. Nächste Folge die Fortsetzung. Die eine Hälfte machen wir heute und die nächste Hälfte am nächsten Tag. Ja, genau. How to Kletter Strommast. Not. Nicht, dass ich gleich lachen würde nachher, ne? Ah, ich bin schon wieder zurück. Warte, ich kann nicht heilen. Ich bin direkt neben dir. Danke. Sieht so aus, als ob man weinen würde, wenn er mal runterfällt, weil er sich so einkugelt. Was für ein Müll, Alter. Das ist immer auch komisch, ey. Ja, unser Problem ist nur, wie viel Uhr haben wir gerade? Ein Leben. 10 Uhr 2, okay. Gut, wir haben noch Zeit. 10 Uhr 2, wo siehst du das? Hä? Wo siehst du das? Wenn du, ähm, mit diesem Touchpad drückst, einfach rechts, ist ne Uhr. Morgens haben wir, oder was? Ja, 10 Uhr. Ja, also haben wir angefangen mit der Mission, als gerade Tagesanruf war, weil wir schlafen dann sind. Das war gar nicht mehr so schlecht. Okay. Ey, Alter! Ich bin auch da die ganze Zeit runtergefallen, ne? Ah, ich weiß warum. Paddy? Warum? Man darf nicht, äh, loslassen. R1. Du musst R1 gedrückt halten. Ich drück die ganze Zeit R1 gedrückt. So. Du bist jetzt da hochgekommen. Wie? Und da hoch? Ja, und dann? Geschafft. Und dann hoch. Ah ne, ich bin jetzt schon zu hoch. Scheiße. Echt? Ich hab's geschafft. Ja. Eier, 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 19 Leben. Hier ist es. Alter, muss man sich hier so ganz... Du bist schon da, du bist schon da. Das Ding ist immer noch Kontakt. Ach so. Okay, Gott sei Dank. Ja. Hey Karim. Ich heil dich mal so lange schon mal. Das ist dann da läuft jetzt. So. Funktion jetzt? Karim, hörst du mich? Klar und deutlich. Gut gemacht. Du findest allein zurück, ja? Okay. Das wär's jetzt auch noch, wenn wir jetzt noch einen machen müssen. Echt? Okay. Einmal nur drücken, ne? Neuer Überlegungsrang hab ich. Fertigkeitspunkt erhalten. Ja, ich auch. Äh, was können wir nehmen? Ah, ich kann nur das nehmen. Ah, ne, da. Fertigungsexperte. Verbessern Sie Ihre Fertigkeiten im Herstellen von Gegenständen. Sie können aus den gleichen Mengen Materialen mehr Gegenstände herstellen. Ja, aber das mach ich. Das mach ich, glaub ich, auch hoch. Das ist ganz gut. So, einmal R1 drücken. Wow. Wie geil das ist, ey. Mhm. Warte mal, lass mal in den Bulli reingehen hier. Ja, hier ist voll die... Auf jeden Fall in den Bulli reingehen. Das ist auch so. Ich hatte schon ein Nagelbrett. Aber wir kommen rein. Okay, ne? Das ist noch eine Tasche, Alter. Das ist geil. 15 Dollar. Alter. Komm, lass, raus. Äh, wie weit ist das noch weg? Ich glaub, das ist gar nicht mehr so weit weg. Komm, noch hoch, wir haben. Oh, neue Kraftstufe. Ähm, Panzerhaut. Je fitter sie werden, desto mehr Schaden können sie absorbieren. Ja, das nehm ich. Grie-Pakete wieder gestohlen. Aber wo werden die gestohlen immer? Da stehen wir ganz schnell immer dahin zu den Stellen, wenn diese Pfeile nach unten zeigen. Oha. Das kann gut sein. Ist es runtergefallen? Nein. Aber so, fein Vorsprung wurde gesprungen. Sofort Schaden. Achso, man fällt da runter. Warte. Ja, das war ich. Und jetzt bin ich wieder auf dem Weg zu Rahis. Um Antiziden zu holen? Genau das. Hier ist ne Kiste im Waggon. Komm mal her. Okay. Pass mal auf mich auf. Lauter kommt einer rein. Sie können ohne Rausch miteinander sprechen. Zum allerersten Mal. Prü. Wir sehen uns im Turm. Ich komme hin, so schnell ich kann. Das ist ne Scheißkiste, Alter. Ja. Geht auf jetzt. Öffnen. Wieso habe ich nicht mal eine guten Waffen einriesen? So stehe ich irgendwie nicht. Kaffee. Titan habe ich und... Oh, ein Messer. Geil, du Wichser. Momentar voll. Warte mal, wie kann ich das... Aber heiß, da kommt einer rein. Ja, komm. Oh, das Messer noch raus. Oh, scheiße. Ich explodiere jetzt, glaube ich. Wow. Alter, what the fuck. Ich muss kurz was zerlegen hier. Beeil dich. Du hast jetzt voll die Sachen angelockt. Wegen der Explosion. Und ich habe schon wieder so komische Schreie von Runnern gehört. Kann man euch das Messer mitnehmen hier drin? Doch. Ja, weiß ich schon. Ich glaube, ich habe es gerade nicht... Nicht gegriffen. Ach so, kurzes Messer. In grün habe ich eins. Ich lasse dich mal im Stich. Ja, danke schön. Okay, gerne. Würde ich immer so machen, mein Gott. Haha. Voll egal, ich stelle habe ich ja gerade gefunden. So ein Jumperino. Da bist du ja auch bis hin gerannt. Ach so, da hinten. Ganz oben. Ich glaube, diese Stelle hier ist ganz sicher. Deswegen gehe ich mal kurz in mein Inventar. Okay. Soll ich zu dir hinkommen oder? Nee, brauche ich nicht. Nee, brauche ich nicht. Macht sich nicht. Einmal kurz. Ich mache mal kurz. Und mein kleines Messer habe ich ausgerüstet. Okay. Boah, 21 Schaden macht das nur heftig. Voll krass. Ey, guck mal. Das ist so eine Seilbahn von da ganz oben. Ey, ich glaube, wir können da runterseilen. Geht das? Nee, leider nicht. Schade. Das wäre geil. Doch, das geht. Geil. Was? Wo bist du? Alter. Da ist so ein Seil. Das geht genau zu diesem... Alter, nein. Da fuck. Was denn? Was habe ich gemacht? Komm, du musst schnell hier hoch. Ah. Biss. Mit so einer Seilbahn auf das Dach. Ich bin da oben. Bist du hier auf das Dach? Ja. Oh Gott, was hast du hier gemacht, Junge? Keine Ahnung, Alter. Keine Ahnung. Ich habe auf einmal erst gesehen, dass da voll die Zombies sind. Warte. Benutzen. Ich kann hier irgendwas benutzen. Irgendwas benutzen, einfach benutzen. Ich habe Strom angemacht. Vielleicht kriegen wir dafür irgendwas. Wie ich Strom angemacht. Ach so, ich kriege mal wieder... Irgendwas kriegen wir hier wieder. Okay. Ich muss kurz meine, äh... Schon wieder eine Einladung erhalten. Haben wir das... Da ist noch einer, glaube ich, oder? Ja, der ist noch hier. Ja, lebt er. So, jetzt. Nee. Stirb, 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 stirb. Ich schaue mir zu beinen, aber... Guck, siehst du? Jo, geil. Was haben wir bekommen? Weiß ich nicht. Ach, wir haben so einen Unterschlupf haben wir wieder. Ja, geil, Alter. Alkohol. Richtig geil, dass man... Mit der Wanner da unten? Ah, hier sind... Ich dachte, es sind Wanner zwei. Sicher? Ich glaube, guck mal, die laufen so schnell da. Warte, ich guck mal kurz in mein Inventar, ob ich nicht, äh, vielleicht mir die Kids herstellen kann. Nein, noch immer kein Mull. Ja, Leute, das war dann wieder eine neue Folge von Dying Light. Das war ja wohl eine Katastrophe diesmal, wo wir da den Turm hochgegangen sind. Oh, Mann, das kann ich echt keine Ahnung, wie oft wir da runtergefallen sind. Aber Gott sei Dank haben wir es dann am Schluss endlich doch noch geschafft. Und ja, Leute, wer das letzte Video noch nicht gesehen hat, wo wir Rais Stützpunkt endlich mal betreten und die erste Aufgabe von ihm kriegen, kann unten rechts auf das Video drücken. Und wer mich noch nicht abonniert hat, kann unten links auf den Link klicken. Danke fürs, für die Unterstützung und bis zum nächsten Mal. Ciao.